So Leute, da bin ich wieder, euer DevilChallenger1, ähm, ja, das ist wieder mal ein Infovideo, also, als erstes wollte ich sagen, fröhliches neues Jahr, 2014, ich hoffe ihr habt gut gefeiert, gut Silvester überstanden, viel rumgeböllert, gemacht, hoffen natürlich ihr seid nicht abgestürzt und wenn, dann, dass es euch besser geht, egal, ähm, ja, ansonsten, bei mir ist eigentlich auch relativ gut gegangen. Als zweites wollte ich sagen, sorry, dass ich in den letzten Tagen nicht da war, eher gesagt, keine Videos hochgeladen habe, weil ich hatte ja in meinem letzten, äh, Infovideo gesagt, dass ich drei bis vier Tage weg bin, das Problem war, ich war bei meinen Großeltern und da waren dann auch nur noch meine Cousins und Cousinen und, ja, dann war sozusagen spontaner Urlaub zu denen, weil die wohnen nicht hier, die wohnen weiter weg und dann war ich nochmal da und da ich einen Stand-PC habe, kann ich dann natürlich kein Infovideo machen, kann euch nicht informieren, was jetzt los ist, warum mir jetzt keine Videos kommen, deswegen, ja, kam jetzt keine Aktivität, noch nicht mal ein Infovideo, aber jetzt bin ich wieder da und ich hoffe jetzt natürlich, dass ich jetzt wieder weiter Videos machen kann, eher gesagt, ich habe jetzt auch wieder Zeit, kann wieder Videos machen und damit kommen wir auch zum dritten Thema und zwar der Martin Geistschläger, du hast dir Niederli gewünscht. Ja, ich habe dir eigentlich schon erzählt, dass ich da ein Render-Problem hatte und deswegen wollte ich eigentlich jetzt nochmal eine, äh, Niederli-Aufnahme machen auf der Midlane. Ich hoffe mal, sie wird was, wenn nicht, dann mache ich eben noch eine und noch eine, bis ich eine habe für dich und nochmal sorry, dass es so lange dauert, aber ich hatte jetzt halt wirklich wenig Zeit und ich war jetzt die ganze Zeit weg, bin gerade eben wiedergekommen, werde das Video jetzt auch gleich hochladen. Ähm, ja, also Niederli, kommt für dich, keine Sorge. Ähm, ja, ich glaube, das war dann alles zu diesen Themen. Ja, drei Themen, mehr hatte ich nicht, okay, gut. Gut, und dann sehen wir uns beim nächsten Let's Play, ich denke mal, das nächste Let's Play wird erstmal Experiment sein, aber Niederli, ich verspreche es dir, großes Devil-Wort, dass es spätestens morgen hochkommt. Also spätestens morgen Nacht sozusagen, das heißt eigentlich würde es übermorgen dann erst kommen, na, ich weiß es nicht genau, musst du halt mal gucken. Auf jeden Fall wird in den nächsten zwei Tagen Niederli oben sein, muss ich gucken, wie schnell die Upload-Geschwindigkeit ist und wie halt auch das Let's Play wird, weil ich möchte dir keine Scheiße da liefern, sondern schon ein anständiges Let's Play. Und, ähm, ja, okay, das war's dann mit diesem Infovideo, dann bedanke ich mich nochmal bei euch, also nochmal wegen 45 Abonnenten, dass ihr mich nicht deabonniert habt, weil so lange Zeit jetzt nichts kam. Weil, ja, hätte auch sein können, dass ihr aufgehört habt, aber nein, ich mache noch weiter, schon mal danke an 45 Abonnenten und wir sehen uns beim nächsten Video, beim nächsten Let's Play, beim nächsten, keine Ahnung, Experiment, beim nächsten Slender, ich weiß es nicht. Egal, bis zum nächsten Video, tschüss.